So Leute, willkommen zurück zu Shadow of the Colossus. Ja, in der letzten Episode haben wir uns eigentlich nur das Intro angesehen und ja, noch nicht wirklich viel gespielt. Das wollen wir jetzt nachholen. Ich habe mir auf-screen mal die Störung angeguckt. Ich kann hier meine Waffen wechseln, da unten. Wir haben einen Bogen, einen Schwert und die Fäuste. Die werden aber, soweit ich das jetzt richtig gemerkt habe, gar nicht eigentlich ganz springen. Ja, mit X können wir unser Pferd rufen. Mit Kreis können wir, ja, das Schwert in die Luft halten, sofern wir es ausgerüstet haben. So, wie jetzt zum Beispiel. Und ja, mit Kästchen schlagen wir. Gut, und wir halten das Ding mal in die Luft, würde ich sagen. Warte, wenn wir deine epische Position haben. So, Landschaft, doch, wie schön. Show it to me. Hier, wo ist der Erste? Da? Da hinten. Okay. Gut, ähm, wie kann ich auf mein Pferd steigen? Das habe ich mir jetzt eigentlich noch nicht angeguckt, ehrlich gesagt. Pferdchen. Ach, oh, so ein schönes Pferd. Ähm, drauf. Ja, so ähnlich. Ja. Wow, wow, Junge, schlag nicht dein Pferd. Ich nehme mich da drauf. Nein. Ah, okay. Ähm, durch Drücken von X gehen sie dem Pferd die Sporen. Ach so. Mit den linken Kontroll-Fix, ähm, kontrollieren die Zügel, ziehen sie den Zügel nach links in Richtung, um uns zu halten. Okay. Ach so steuert man das, okay. Ja, schneller hier, komm. Okay, so lenkt sich das. Gut, ist ein bisschen umständlich. Bisschen kompletter, aber wir rennen. Wow, aggro. Ey, komm. Nicht langsamer werden hier, Kumpel. Okay, unser... Pferdchen. Ähm, ja, wir müssen irgendwie hochkommen. Wir müssen hier raus. Ich muss noch ein bisschen mit dem Pferdchen kämpfen. Okay, wir machen uns nun also auf wie... Wie züge ich das nochmal so? Nach hinten einfach, okay. Ähm, wie komme ich denn jetzt wieder raus? War da hier eine Treppe nach oben? Ja, das sieht doch mir so aus, als wäre das eine Treppe. Okay, und nach links. Wir schaffen das schon noch. Äh, ja, und wenn nicht, dann... Was, das für ein Shadow of Colossus, ähm... Nö, da können wir nicht hoch. Wow, Kumpel, nicht so schnell. Ja, von wo kamen wir denn jetzt? Oder müssen wir hier irgendwo runter? Lalalala, das gefällt mir jetzt schon. Okay. Hier rein vielleicht, Fragezeichen. Können wir da runter? Ach so, ja. Gut, das erklärt einiges. Gut, okay, machen wir uns auf die Reise. Wir können uns auch umgucken, habe ich geschaut. Och, Gott, wie das aussieht. Guckt euch das an. Und das Ganze in HD. Naja, Fake HD. Was ich da mache immer, aber das ist ja egal. Och, wie schön. Okay, ähm... Wow, ich bin total buff. Du schlägst dein Pferd mit dem Schwert? Ach, egal. Okay, Junge, ähm... Kann ich das auch irgendwie in die Luft halten? So, wo war der? Wo kam das Signal her? Oh, diese riesige Landschaft. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst gucken soll. Äh... Also, irgendwo da war das Signal. Bin ich blind? Hm. Da. Da. Achso, der Lichtstrahl bindet sich. Ich verstehe. Okay. Agro, mein Pferdchen. Weiter noch da. Drücken Sie die... Das, um die Karte in Ihre Position aufzurufen. Ähm, ja. Gut. Sofern ich das jetzt schon richtig... Habe ich das schon richtig verstanden. Okay, da soll irgendwo der erste... Koloss warten. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich habe schon... Ich habe jetzt schon... Ich habe schon wieder eine Gänse auf. Was zum Teufel löst dieses Spiel in mir aus? Da. Da vorne. Okay, das sieht schon sehr templig aus. Sieht schon aus wie eine... Da vorne ist irgendwas... Ist das schon einer? Sieht auf jeden Fall groß aus. Hm... Halt mal, Pferdchen. Pferdchen, halt, 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 halt. Okay. So, wir steigen mal ab. Ähm. Okay. Äh. Wir scheinen da verdammt nah dran zu sein. Da. Irgendwo hier auf jeden Fall. Können wir klettern? Haben wir die Möglichkeit zu klettern? Da zum Beispiel? Ähm. Ne. Schade. Oder vielleicht muss ich das Schwert wegstecken. Ähm. Kletterst du? Ähm. Nein, tut er nicht. Vielleicht wenn ich... Ähm. Nein, okay. Das geht auch nicht. Ähm. Ja, Pferdchen, du kannst ruhig da bleiben. Ich würde jetzt hier ganz gerne... Oder eher eins. Können sie sich an manchen Stellen festhalten. Okay. Drücken sie Sprung-Taste, um hoch zu springen, halten die dann ja eins gedrückt. Okay. Was hier nicht zu funktionieren scheint. Okay. Dann da vielleicht. Auch nicht. Okay. Dann da vielleicht. Auch nicht. Okay. Dann, ähm... Da vielleicht? Fragezeichen. Hä? Oh, cool. Ich kann es sogar so... Hüah! Wow. Okay. Das war weit. Äh, ja. Trotzdem. Irgendwie... Ähm. Das ist meine R1-Taste kaputt. Das wäre jetzt echt uncool. Oh, nee. Quatsch. Uns wird er ja das nicht machen. Wo würde ich mich denn hier festhalten können? Da? Ähm. Nö. Hier haben wir Öff... Efeu. Ja. Während sie sich mit der R1 ausfällt, können sie mit dem linken Dings klettern. Ja. Dachte ich mir schon fast. Ähm. Okay. Da scheint es aber nicht weiter zu gehen. Dam, 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 dam. Ja. Das klappt ganz gut. Okay. Wow, wow, wow. Okay. Gut. Dann klettern wir jetzt ja doch. Fertig. Du musst unten bleiben. Ah, cool. Mein Freund. Okay. Und hoch. Ähm, ja. Jetzt muss ich noch irgendwie da hochkommen. Nein, 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 nein. Das war falsch. Ja, Kumpel. Was zum ist das denn? Du sollst den Busch in Ruhe lassen, Kumpel. Geh da hoch. Ja, ich glaube, ich muss hier noch ein bisschen mit der Steuerung irgendwie hantieren. Der will nämlich noch nicht so, wie ich will. Würdest du freundlicherweise da hochgehen, Wanda? Ähm. Ah, so geht das. Okay. Ja. Hey, Manna. Okay. Ähm. Wir sind auf der Schwur des ersten Kolosses. Den wir hier hoffentlich bald eintreffen werden. Ähm. Mit dem rechten Dings. Ja, das habe ich auch schon rausgefunden. Hüah. Yeah. Ach, das macht so viel Spaß. Zack. Und hoch. Ja. Ah, langsam klappt es doch. Langsam klappt es doch. Ich frage mich, ob wir auch runterfallen können. Nicht, dass ich es ausprobieren wollen würde, aber ich würde mich nur mal so interessieren. Wow. Hilfe. Okay. Pff. Ähm. Drücken Sie gleichzeitig hier eins, um einen Sprungroller aufzuführen. Ah. Wow, das ist so viele Moves. Ich glaube, wow. Ich werde hier noch total ein bisschen mit zu kämpfen haben und oft abkratzen. Vor allem am Anfang. Oh mein Gott. Gucke ich das doch mal an. Ja, wenn die Kamera stehen bleiben würde, könnte man das sogar besser sehen. Was sie gerade nicht tat. Äh. Moment. Na okay, gut, doch nicht. Ich dachte, der muss sich erst irgendwie da unten aufladen. Das sieht falsch aus. Heia. Und hopp. Ne. So nicht. Okay, dann einfach rüberklettern. Ja, ja, ja. Kletterpassagen. Schön. Das müssen wir spät auf lebenden Wesen machen? What the fuck. Ähm. Drücken Sie während jetzt. Das wäre eine andere Sache. Ja, das habe ich auch bereits gemerkt. Ähm. Schön. Trotzdem. Danke fürs Aufmerksam machen. Rauf aufmerksam machen. Wow. Hallo mein Kleiner. Wir haben noch einen Bogen, oder? Ob das was bringt? Den in den Koloss anhalten, den einzudrücken, und dann kann man auf den Koloss abzuhören. Ja, das macht denen mal ungefähr so gar nichts aus. Okay, ey, bleibt stehen. Bleib nicht weg von uns. Wie viel Spielzeit haben wir jetzt eigentlich? Oh, da vorne ist er. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Wir haben schon 10 Minuten. Boah, die Zeit vergeht wie so schnell von... Wow. Oh, das sollen wir bekämpfen. Ist nicht euer Ernst, oder? Wow, das macht den ja mal richtig viel aus. Okay, wenigstens können wir das Ding fixieren. Äh, der greift mich gerade nicht erst auf an, oder? Oh, der greift mich an, die Musik. No, haha. Okay, Kumpel. Ähm. Ich versuche mein Bestes. Oh Gott. Oh nein, oh nein. Wow. Oh, fuck off. Wir haben mich vernichtet. Okay, was muss ich tun? Ähm. Hier, nimm das. Ach, das juckt den. Ähm. Achso, verstehe. Okay. Okay, okay, okay. Ich weiß, wir haben jetzt schon über 10 Minuten, aber... Das ist mir scheißegal. Das Spiel ist einfach zu genial, dass ich hier einfach aufhören könnte. Was soll das? Okay. Schwachpunkt? Oh, oh. Nick wird Schwachpunkt. Wow, okay. Show me your weak point. Ich habe das Gefühl... Das geht nicht, weil wir zu wenig Sonne haben. Okay. Ähm. Neuer Plan. Gehen wir ins Licht da hinten. Das sieht sehr sonnig aus. Wir haben da... Wie er stolpert. Hoff zu stolpern, Wander. Ich meine, du bist kein Superheld oder so. Wow, der Typ... Der Typ kommt mir verdammt nah. Ist das richtig? Ähm. Hi. Ach, ich glaube, ich gehe einfach. Tschüss. Wow, okay. Ähm. Was kann ich hier machen? Kann ich irgendwie hier hochklettern oder so? Da, Busch. Äh, Busch. Heben sie ihr Schwert mit... Und halten sie eins. Ähm. Zustechen und... Ja, ja, ja. Pff. Zu viele Infos auf einem Streich. Der hatte gerade so Büsche an seinem... Fucken... Äh, fucking... Fersen gehabt. Ich würde gerne mal wissen, ob ich da hochklettern kann. Da. Genau da. Ah, wow. Sollte vielleicht springen, wenn so ein Ding, ähm... Sich bewegt. Ja, genau. Oh mein Gott. Ja, es klappt. Es klappt. Nicht loslassen, Kumpel. Kann ich auch einfach... Nicht abmachen. Wow, okay. Ah. Nein. Tu's nicht. Ah, okay. Das klappt. Wow. Was zum... Halt... Ach Gott, ich bin erschöpft. Nein, bleib auf deinem Fuß. Nein. Okay, das Ganze im Zeitlimit. Ach, wie toll. Äh. Ja. Wonderful. Lacht dich auf, Kumpel. Es ist keine Schande. Gott, wir müssen nur noch darauf aufpassen. Klasse. Klasse. Machen wir schon. Okay. Und hoch da. Ja. Genau, so ähnlich. Und hoch... Oh ja, so ähnlich. Und hoch da. Und höher, höher, höher. Warte, kann ich da, dass da eine Schwachstelle ist? Komm schon, ich will dir deinen verdammten Bein... Da! Das sieht doch aus wie eine Schwachstelle. Komm, stich mal rein. Ja, das hat ihm wehgetan. Das hat ihm wehgetan. Und wir sind gleich tot. Hurra. Aber ganz ehrlich, Leute. Irgendwie, wir sind fast tot und... Ja. Und was? Keine Ahnung. Wir sind tot fast. Ähm. Let's try this again. Wow. Oh, wie episch das einfach ist. Okay. Hoch da. Ja, genau. Fast. Oh, wie er mich wegtritt und tötet. Ja, Leute. Ich bin so gut in diesem Spiel. Ach du Scheiße. Das kann heiter werden. Ich würde sagen, das ist eine gute Stunde, das Spiel zu beenden. Das war Shadows of Colossus für euch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.